Die Tribünen hier schon ziemlich befüllt sind. Jetzt kommt nämlich die nächste deutsche Starterin. Drei von vier sage ich dazu. Vier deutsche Starterinnen hier vertreten. Davon dürfen drei auf die Weltreiterspiele fahren. Und sie möchte natürlich dabei sein. Gutes Pflichtprogramm geturnt. 8,019. Da hat sie sich hinter Janika Derks eingereiht. Und jetzt gilt es im Technikprogramm für Christina Bö. Die Ärztin aus Hamburg mit ihrem Pferd Donde Lamar und Vini Schlüter an der Lounge. Auch wieder ein spannendes, ein sehr, sehr schönes Trikot. Ich meine, Christina hat eine Figur, die kann natürlich auch wirklich alles tragen. Aber das Trikot, da sind immer so Besonderheiten. Da sind besondere Kniffs drin, so ein kleiner Eyecatcher. Jetzt drücken wir ganz fest die Daumen. Über die Jahre zu einer unglaublichen Einheit zusammengewachsen. Letztes Jahr Europameisterin geworden. Mit ihrem Pferd Donde Lamar und Vini Schlüter an der Lounge. Das nenne ich mal Risiko im Technikprogramm. Jetzt sind sie rückwärts stehen. Sie erkennen die Musik. Der weiße Haie rückwärts sprung. So, jetzt noch Feldaufsprung. Schön rausschieben. Ah, ein bisschen über den Bauch abgelegt. Aber was hat die da reingepackt in dieses Technikprogramm an Zwischenelementen? Und daraus springt sie ins Freirad. So, da können sie sich aber mit Recht freuen. Das aus meiner Sicht mit Abstand bisher gesehene Technikprogramm. Und das ist halt das Tolle, was dieses Technikprogramm da ausmacht. Christina hat es wirklich geschafft, eine Mischung zwischen Licht und Kür zu zeigen. Da war ja ein Feuerwerk drin. Tolle Elemente gezeigt, sehr technischen Art. Da freut sie sich, bedankt sich natürlich bei ihrem Sportpartner Pferd, aber natürlich auch bei der Longiführung, bei Vini Schlüter. Also da bin ich mal gespannt, was die Richter an Wertnote ziehen, weil das war ja wirklich ein Feuerwerk, das hier Christina Bö als weißer Hai abgezogen hat. Das muss die ganz klare Führung hier in dem Wettbewerb sein. So, wenn wir uns jetzt nochmal die Slowmotion anschauen. Sprung rückwärts, wieder rückwärts gelandet, sauber gelandet, dann erst weiter geturnt in den Rückwärtsstütz. Der war wie in Stein gemeißelt, da hat sich nichts bewegt, hier die Flosse. Deutliche Führung, Christina Bö, 7,807. Da sieht ein Richter tatsächlich in den Exercises Christina auf Platz 2. Jetzt gucken wir, 7,913 und da setzt sie sich natürlich so richtig, deutlich in Führung vor. Janika Derks und Anna Cavallaro, da freuen sie sich nochmal. Schöne Slowmotion hier zum Abschluss. Christina Bö, tolles Technikprogramm, sie übernimmt die Führung hier in der Prüfung nach Pflicht und Kür.